Heiter Junge! Heiter Junge! Liebe Junge, wir wollen Danke sagen. Danke sagen für eine herausragende Saison. Als Präsident fange ich an mit den Mitarbeitern, bei denen ich mich bedanken will. Und ich habe mir eine ganz, ganz große Liste gemacht. Ich fange natürlich an bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Profiabteilung, die Nachwuchsabteilung mit ihren Amateuren, mit der Frauen- und Mädchenabteilung, den Schiedsrichtern, der Buchhaltung, dem Controlling, der IT, unserem Vertriebsteam, der Presseabteilung mit ihren digitalen Medien, unsere Grafikabteilung, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von der FTV, dem großen Team des Merchandisings, unserem Vermarktungsteam, dem Innendienst und der Ticketingabteilung, der Stadiontechnik, den Greenkeeper, unserer Veranstaltungsabteilung, der Küche und den Haustechnikern, unserem Sicherheitsteam und dem Wachschutz, der Fanbetreuung und den Mitarbeitern des Fanhauses. Bedanken möchte ich mich bei unserem Vereinschronisten und bei Frau Schulz. Ihr seid der Club. Auch ihr steht auf Platz 7. Danke, Unioner. Heiter Junge! Heiter Junge!